Ich lebe mit einer typisch frankophonen Spezies zusammen, dem BD-Liebhaber. BD steht für Bande dessinée, auf Deutsch Comic. BD-Fan sein bedeutet meterlange, brechend volle Regale. Zuerst habe ich diese Leidenschaft als eine etwas platzraubende Marotte belächelt. Aber dann merkte ich, dass es mit der französischen BD mehr auf sich hat als mit dem deutschen Comic. Jedes Jahr bringen in Frankreich um die 350 Verleger mehr als 5000 Titel auf den Markt. Über 15% der Bevölkerung, also etwas über 8 Millionen Franzosen, kaufen BD. Das ist mehr als ein Viertel des gesamten französischen Buchmarktes. Ich darf meinen Freund übrigens nicht als Comic-Fan bezeichnen. Denn im Französischen wird haarscharf zwischen der BD, dem amerikanischen Comic und dem japanischen Manga unterschieden. Die BD entwickelt sich in den 30er Jahren. Aber nicht nur in Frankreich, sondern vor allem im französischsprachigen Teil Belgiens. Mit Tim und Struppi des Brüsseler Zeichners Hergé oder der belgischen Zeitschrift Spirou etabliert sie sich als neuer Erzählstil für ein junges Publikum. Ab den 60ern schlumpfen sich die Schlümpfe in die Herzen von Kindern und Erwachsenen und bei Asterix und Obelix spinnen die Römer. In den 70ern kommt die Wende. Die ersten gezeichneten Zeitschriften für Erwachsene wie L'Echo des Savannes oder Metal Hurlant finden neue Ausdrucksformen. Ihre Autoren Möbius, Enki Bilal, Jodorowsky oder Jacques Tardy revolutionieren das Genre und werden seitdem wie Popstars verehrt. Seitdem kamen immer neue Varianten hinzu. Historischer Roman, Biografie, Science Fiction, Reiseberichte. Intimere Geschichten haben sogar ihr eigenes Genre, man nennt sie Graphic Novel. Alle diese Genre sind beim internationalen Comic Festival von Angoulême vertreten, dem wichtigsten Festival aller europäischen Comic Liebhaber. 200.000 Fans pilgern jährlich in die südwestfranzösische Kleinstadt. Und auf dem französischsprachigen Kunstmarkt überschreiten Originalzeichnungen von Hergé schon mal die Million. Der deutsche Comic dagegen tut sich schwer, als eigenes Genre anerkannt zu werden. Vielleicht auch wegen des verwirrenden Namens. Comic klingt wie etwas Lustiges. Bei Comic denken wir Deutschen eher an die Heftchen, die wir als Kinder kauften, wie das gute alte Mickey-Maus-Heft, das meist zur Klo-Lektüre degradiert wurde. Im Buchhandel findet man nicht viel Comics. Nicht mal ein Viertel aller Veröffentlichungen ist dort erhältlich. Und dieses Viertel besteht zum Großteil aus ausländischen Titeln, Mangas und franco-belgische Klassiker an der Spitze. Dabei fing alles so hoffnungsvoll an. Ende des 19. Jahrhunderts zeichnet der deutsche Auswanderer Rudolf Dirks in den USA den Zeitungstrip The Katzenjammer Kids. Die Kids erinnern an die berühmten Lausbuben aus Max und Moritz von Wilhelm Busch, dem Urvater des Comics. Dirks schreibt als Erster den Text mitten ins Bild und erfindet so die Sprechblase. Bis in die 30er Jahre erleben Bildergeschichten in Deutschland eine Blütezeit. Doch unter dem Nationalsozialismus erleidet die Branche eine brutale Zäsur. Die Zeichner müssen für die Nazis arbeiten oder sie bekommen Arbeitsverbot. Das wird Erich Oser alias E. O. Plauen zum Verhängnis. Der Autor der erfolgreichen Serie Vater und Sohn wird 1944 denunziert und begeht im Gefängnis Freitod. Nach dem Krieg kann sich der deutsche Comic nur schwer aus der Asche erheben. Amerikanische Importe dominieren den Markt. Die verrufenden Crime-Comics, die Verbrechen und Gewalt zum Thema haben, lösen in den USA eine Anti-Comic-Bewegung aus, die auch Deutschland ergreift. Der Comic wird zur Schundliteratur, vor der man seine Kinder schützen muss. Als Walt Disney seine Mickey-Maus-Hefte auf den deutschen Markt bringt, hilft nur ein Trick gegen das schlechte Image. Das Textniveau wird angehoben. Mickey und Donald benutzen Fremdwörter und zitieren auch schon mal Goethe und Schiller. Es funktioniert, die Eltern kaufen. Erst in den 80er Jahren rütteln ein paar anarchistische Comics für Erwachsene an den deutschen Regalen. Die Figuren haben Knollennasen und eine Vorliebe für Provokation. Das kleine Arschloch terrorisiert die Erwachsenen auf obszöne Weise. Ralf König nimmt die homosexuelle Zoom-Kultur aufs Korn. Werner knattert Bier trinkend durch die Landschaft. Über Geschmack lässt sich streiten. Ein wichtiger Schritt ist immerhin getan. Man veröffentlicht von nun an im Buchformat. Heute sind die Knollennasen out. Mit der Wende entdeckte man ostdeutsche Künstler wie Anke Feuchtenberger oder Georg Barber alias Attac, die mit expressionistischen Ausdrucksformen einen neuen künstlerischen Stil einführten. Auch der seit 1984 eingeführte Comicpreis Max und Moritz wird immer beliebter. Aber den wahren Ritterschlag suchen die Comicautoren nach wie vor im französischen Angoulême.